Hallöschön liebe Leute, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren Eloshtrend Runde 7 Days to Die. Hoppala! Ich wollte eigentlich die Taschen dafür ausmachen. Weiß ich überhaupt noch mit Verletzten? Ich glaub nicht, wa? Doch, kann man. Shit. Cool. War's halt mal anders. Aufs Maul? Alter. Wo ist eigentlich meine ganze Munition hin? Weiß ich nicht. Ich hab... Du bist doch gestorben und dann hast du gesagt, ja, äh, keine Munition mehr. Ich hab' auf der Karte aber nichts. Sollen wir mal am Spillway Lake die Häuser abgrasen, vielleicht den auf dem Weg nach unten? Ich bin keine Kuh. Hm. Nicht? Nee. Hast aber alter wie eine. Kann ich nix dafür, wenn mein Sack so groß ist. Kann das endlich mal hell werden? Na gut, wir haben ja gleich. Ja, es ist 6 Uhr. Wir sind ja gar nicht so weit, weil ich hab' keinen Bock jetzt da runter zu rennen und dann wieder aufgefressen zu werden. Ich würde sagen, wir rennen einfach, äh, querfeld ein irgendwie. Ich geh' so lange mal auf meinen Crafting Table und lass' mal wieder ein paar, äh, Pistoletten. So, da ich keine Munition mehr hab', kann ich einfach zusammen craften. Äh, dann nehm' ich ein Messer. Als Nahkampfhaft auf jeden Fall erstmal. Da brauchst du Munition. Für die Pistole? Ja, so an sich eigentlich nicht. Ich, äh, äh, es erstmal holen. Also Pistole hier, bitte. Hab' ich grad fein gelassen. Drück einfach E. What, so viel? Ja. Ich hab' immer noch 109 Schuss. Wird verreichen erstmal. Crank, Crank, Crank. Ja, Leute, nachdem wir letztes Mal über, äh, schöne Let's Playerinnen gesprochen haben, äh, würd' ich sagen, äh, äh, Kommen wir das YouTube-Thema einfach mal fortsetzen. Weil ich finde das ganz interessant. YouTube hat sich ja im Laufe der Jahrhunderte extrem gewandelt. Oh, ja. Und könnt ihr einfach mal von unseren allgemeinen, äh, Erfahrungen mit YouTube und so, äh, ich meine, wie, ich hab' ja schon da jetzt ein Info-Video rausgebracht, beziehungsweise dieses Kommentar-Review, die zu YouTube kam. Ähm, aber wie war's denn bei dir, Dave? Wie kamst du denn auf die Idee, äh, YouTube überhaupt aktiv zu werden? Was hat dich denn zu YouTube geführt? Was war denn dein erstes Video auf YouTube allgemein? Kannst du dich vielleicht daran erinnern, dass du überhaupt YouTube angeschalten hast? Boah, jetzt muss ich weit, weit zurück. Also es fing alles an, wo ich geboren wurde. Nee. Nee, aber... Gott. War mein erstes Video. Das war das Erste, was sich dazu bewegt hat, einen Account zu erstellen. Wo du dachtest, ich brauch'n Account, weil du vielleicht einen Kommentar schreiben wolltest oder sowas, oder einfach nur, weil du da sein wolltest. Das war eigentlich... Das war eigentlich generell, äh... YouTube kannte ich so damals noch nicht, ja. Also wir hatten damals nicht so das Internet, PC hat man da auch noch nicht so. Und... Als ich dann mal halt, äh, Videos geschaut hab, so generell, äh, boah... Bei MyV2 zum Beispiel, weißt? Mhm, Musikvideos gab's ja damals. Musikvideos, ja, halt, das ganze Zeug. Da hab ich dann mal reingeklickt, da mal reingeklickt. Und dann kam ich irgendwann mal auf YouTube. Und die Seite kannte ich nicht. Ich dachte mal, uh, uh, was ist das jetzt, äh... Fremde Seite, ih, für die Dive, weißt? Mhm. Oh nein, ein bisschen da durchgeklickt, ein bisschen da, Musik angehört, und da und dort. Und dann irgendwann mal später... Äh... Aus pure Langeweile, muss ich ganz ehrlich sagen, pure Langeweile war das... ...kam ich mal auf das Spiel-Ape-Odyssee. Ist das schon? Uh, der Klassiker. Hey, der Klassiker schlechthin. Ja, das hab ich damals mal so gespielt. Kam aber eben auf... ...einer Stelle nicht weiter. Mhm. Und da hab ich einfach mal aus... ...Just for Fun Langeweile mal im Internet nach einer Komplettlösung geschaut. Wollte ich eigentlich schauen. Aber ich kam dann eben... ...auf einem... ...Video genannt... ...Let's Play... ...Ape-Odyssee. Und das war von Sui Shumaru. Ich wollt grad sagen, von Sui das Ding. Das war ja damals das bekannte... Das war mein erster Let's Player. Und ich kannte das. Sui war auch großartig. Großartig, ja. Ist immer noch großartig. Weil er, der auf dem Boden geblieben ist, weißt du? Und der das absolut verdient hat. Wenn man sein Leben von früher kennt, dann weiß man, äh... Definitiv, der hat's verdient. Ja. Das hat damit das Gutgeld verdient. Wie gesagt, ich kann dir das nicht. Da hat, äh... Ich dachte mir, das ist so, ja. Video da zeigt so ein bisschen... ...wie halt das und das geht. Aber nein, da hat's halt so geredet. Und ich dachte mir, pfff... Alter, worum redest du? Hä? Das war wirklich mal... Ich dachte auch mal was. Das ist voll verwirrend, aber... Irgendwie hat man sich dann doch dran gewöhnt, weil man es wirklich fand. Ja. Ich hab dann das nächste Video angeklickt und das nächste Video angeklickt. Und so kam ich dann. Und so hab ich dann auch angefangen mal, äh... ...einen Account zu erstellen. Auf YouTube. Da hieß ich aber noch nicht, äh, FL Dave, sondern da hieß ich irgendwie was... Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Klowasser 83 oder irgendwie sowas. Nee. Was war hier denn? Ich weiß nicht mal, wie der erste Name war. Das ist schon... ...sechs, sieben, acht Jahre her vielleicht. Echt, ja? Krass. Ja, ist schon Ewigkeiten her. Und... Hattest du mir in den Kommentar geschrieben, alles das ganze Zeug und... Äh, ich hab dann einen Gefallen dran gefunden. Ich hab dann wirklich auch, äh, Sui abonniert. Hm. Und... ...so nach und nach kam ich dann halt zu anderen Let's Playern. Weil ich dann halt gesagt hab, okay... ...jetzt schaust du mal... ... ein Let's Play oder... ...beziehungsweise... ... ein Video an von Megaman oder... ...pfff... ...pfff... ...weiß ich was da noch für Spiele gehabt ist. Also kam ich dann halt nach und nach zu anderen Let's Playern. Mhm. Die mir dann auch gefallen haben, oder halt nicht gefallen haben. So ist das halt. Ja, das ist ja oft so, dass man nicht denkt, er ist ja voll doof, das ist voll langweilig. Richtig. So, und irgendwann kam ich dann halt auch auf Videos... ...von YouTubern, die eben selbst, äh, Musik gemacht haben. Mit einem Musikprogramm. Und das war schon immer mein Fall. Also, Musik hat mich mein ganzes Leben schon, äh, beeinflusst. Ja, ebenfalls. Ein Tag ohne Musik bin ich krank. Ist furchtbar. Da bin ich krank. Da muss man nebenbei immer wirklich... ...also ich lass auch, wenn ich irgendwelche Videos bearbeite oder so... ...nebenbei immer irgendeine Planes laufen mit der Grund... ...auf wie viel... Jaja, ist wie bei mir. Oder irgendwie so hier, Relax-Musik und das Ganze zurück. Das ist Hardstyle, je nachdem. Grad bei... ...bei MMOs zum Beispiel. Da läuft Hardstyle. Das läuft. Wenn man grad ein bisschen Orquest oder Farmen ist, weißt du, das ist am entspanntesten. Einfach nebenbei immer schön den Mut gelaufen lassen. Vor allem, wenn man das Spiel schon kennt. Ich sag, komm mal, komm mal so. Wenn neu ist, dann lass ich erstmal die Originalmusik laufen, weil ich dann so wissen will, wie hört sich das an. WoW zum Beispiel, Pandaria, die Musik ist da echt wunderschön. Kann ich nur empfehlen. Ja. Hier steht oben das See. Da hab ich halt so das Programm gesehen. Dieses FL Studio. Beziehungsweise damals diese Fruity Loops. Und da dachte ich mir, boah geil. Wo gibt's denn das? Kann man das irgendwo kaufen? Und das ganze Zeug. Und so nach und nach. Dann hab ich mich schon reingefuchst. Das ganze Zeug in die ganzen Videos. geschaut, wie man das so machen kann. Und so kam ich dann halt auch auf den Namen FL Dave. Weil Dave ist mein Name, genau. Das heißt eigentlich ausgesprochen, heißt es The Fruity Loops Dave. So heißt es ausgesprochen. Ja. Und so hab ich dann angefangen, dann halt auch mal das eine oder andere Lied zu machen. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt meine älteren Lieder anhöre, denk ich mir, boah. Aber damals hab ich mich wirklich echt gefreut, dass da wirklich äh... Jo, war auch nicht schlecht. Meine ganze Zeit war damals anders. Weißt du, da hast du dich auch schon über andere Musik. Es gab wesentlich Schlimmeres. Und ich fand deine Musik echt nicht schlecht. Richtig. Jo. Also man merkt das wirklich. Also man muss wirklich mal ein Video oder beziehungsweise Musik vom Tag 1 anhören. Und dann aktuelles. Da sind Welten darin. Und da merkt man auch wirklich, dass ich mich gebessert hab so nach der Zeit. Natürlich, das ist ja ganz normal. Das ist natürlich ganz normal. Aber es hat mich auch wirklich gefreut, wenn ich da mal irgendwie ein Video hochgeladen hab. Und dann schon die ersten Kommentare kamen. Oder halt auch die Abonnenten. Haha. Mhm. Ich war Prinz auf der Erbsen, ja. Ja, Mann. Man muss sich das mal so vorstellen. Aber so kam ich dann halt auf YouTube und das ganze Zeug. Und mit Let's Plays hab ich ja dann auch später angefangen. Wie einige wissen vielleicht. Und das kam halt wirklich auch dann dazu, dass ich halt dich kennengelernt hab. Mhm. Wo mich immer noch Leute fragen, wie das dazu kam. Einfach mal sagen... Eigentlich hast du ja nur das Let's Plays Saw gesehen, ne? Und dann hast du in den Kommentar geschrieben. Ja, ich hab beziehungsweise den Remix gemacht. Von Saw. Und du hast dauernd Kommentare unter die Videos geschrieben. Du warst einer der aktivsten Abonnenten meiner Zeit, seiner Zeit, aller Zeiten. Richtig. Unter jedem Video. Ich hab das so gefeiert. Aber so Saw-Like-Kommentare. Du hast ja immer so geile Kommentare geschrieben. Dadurch bin ich auf dich aufmerksam geworden. Vor allem, weißt du. Durch die Kommentare. Hab dann gesehen, okay, der macht ja ganz töfte Mucke. Ich find die ganz gut. Ja. Steh auf so'n Kram. Und dann, ja. Richtig. Und so ist das dann halt... Fand ich deine Mucke gut, du fandst meine Let's Plays gut und du haben was dann gelernt. Richtig. So sah's aus. Und dann hab ich dann halt durch Luna dann eben Neerox kennengelernt. Error. Basti. Damals hast du noch mit Basti noch. Basti. To-Gather. Irgendwas. To-Gather Dave, war das? Aua. Oh, Entschuldigung. Du bist grad in mein Fadenkreuz gerannt. Ja, ja, ja. Warum zerstörst du meine Sachen schon wieder? Ach so. Ja, ne. Äh. Ja. Ich geb das gleich wieder. Ja, das war damals mit Basti329. War das noch. Hab ich halt To-Gather gemacht. Der To-Gather Channel war er sogar damals noch. Hm. Dead To-Gather Dave. Mhm. Der Kanal ist halt immer noch ein bisschen, ja, aktiv. Für Mashups und das ganze Zeug. Ach so? Ja. Bzw. So ein Backup-Kanal ist das. Jetzt mittlerweile geworden. Für Musik halt. War da nicht noch ne Pistole drin? Nee. Nee. Du hast Messer auf die Taschenlamp. Okay. Richtig. Und, ja, das lief. Und so haben wir dann halt irgendwie kennengelernt, so. Oh no. Damals so die Zeit mit Elfen und so, wo wir noch Warshow gespielt haben. Warst du da auch? Der stimmt ja. Als du Elfen und ich bleibst ja auch noch auf meinem Channel. Ja. Mein erstes, allererstes. Ja, ich müsste sagen. Ja, Let's Play sagen muss man so. Wo du, äh, Gastkommi warst. Richtig. Ich hab's ja aufgenommen. Weil, Dings, äh... Oder hast du's auch aufgenommen? Nee. Auf Gottes willen, da kann ich damit das noch gar nicht. Da war ich noch voll nicht unerfahren. Ich hab doch bloß in diesem Part zwei, drei Wörter gesagt. Ich kann ja damit, ich... Boah. Nimm mal auf. Da war ich völlig sicher. Das waren Zeiten, Alter. Das waren Zeiten, ey. Ja. Aber vielleicht nur noch sauklein. Aber so hab ich dann halt auch kennengelernt. Kennengelernt, auch Bruga dann kennengelernt. Wurde er dann auch mitgenommen. Zu Dead Island. Stimmt. Da haben wir dich, Nerox, äh, Bruga, ich und dann Dead Island. Also Brugas Channel aufgeladen. So, man muss sich das mal wirklich vorstellen. Ich. Der mit Let's Plays gar nichts so am Hut hat. Werde mitgenommen von einem Let's Player. Ja. Nenatic 1988. Und Bruga. Die schon Abonnenten weit über 1000 hatten. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Und das war schon ein Ding, wo ich dachte. Boah, krass. Was ne Ehrung für dich, wa? Ja, klar. Weil ich kannte ja dann auch Bruga. Und seine Let's Plays waren ja auch cool. Ich hab die ja wirklich auch aktiv geschaut. Und dann auf einmal in der Konfi, weil es ist so drinnen mit dir, Error und das ganze Zeug. Und auf einmal so diese tiefe Stimme. Hallöchen. Wo du denkst, äh, Bruga, hä, was? Wo ist das Video laufen im Hintergrund? Da bist du ja los. Ja, also das war ein riesen Ding. Ich hab ein Repair Tool gefunden. Ist auch nicht schlecht. Und ja, so kam ich dann halt. Aber ich hatte damals wirklich noch den extremen, sexischen Akzent. Daran wirst du dich sicherlich noch erinnern können. Ja, noch schlimmer als jetzt, das stimmt. Ja, jetzt mittlerweile geht's. Gut, aber in Zukunft... Du hast es doch ganz gut rumbekommen, ja. Ja. Also man hört es trotzdem noch raus irgendwo, aber das ist halt nicht mehr so, so oft wie damals, ey. Das war ja wirklich, also du hast ja richtig krass gewechselt. Ja, ich kann das gar nicht mehr so wirklich. Weil ich weiß nicht mal, wie... Ich weiß nicht mal, wie man's machen kann. Ich weiß nicht mehr, das ist schon... Ja, man merkt's trotzdem noch, aber wie gesagt... Man merkt's natürlich, klar. Bisschen der Aussprache noch viel selbstsicherer und klarer geworden ist. Ja, natürlich. Aber mit der Zeit ganz natürlich. Ja. Wenn ich mal im All mein erstes Let's Play denke... Der klang ich noch wie so ein süßes kleines Kind, weißt du, so... Vor allem deine Stimme hat sich ja auch wirklich komplett verändert. Ja, ich hab nicht gedacht, dass die drei Jahre was ausmachen können, weißt du. Ja. Mittlerweile vier. Also ich hab mal wirklich... Aber das ist echt... Ist halt durch die Selbstsicherheit. Ich war früher so... Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich trau mich halt nicht, was zu sagen. Und so wirklich hoch und... Ein bisschen Fistelstimme. Und mittlerweile... Weißt du? Ja, ja. Ist halt... Ist halt schon von der Aussprache natürlich komplett verändert. Das ist... Oh, was ist denn hier los? Ah, Wasser. Weil ich brauch was zu trinken. Weil ich brauch was zu trinken. Oh. 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 Das ist aber auch ein murky water, weh? Was? Verdammt! Und ich trink den ganzen Teil jetzt Scheiß. Na ja, ja. Gar noch, Basta. Schreckt davon aus die Lebensenergie? Nicht viel, weh? Nee. Gar nicht sogar. Ich bin Level 2. Ah, ich hab Peinkiller. Wie Level 2. Ja, ich bin, äh, gelevelt und so. Level up und so. Wo sieht man das? Ich bin auch Level 2. Ha! Noob. Äh, ja. Survivors killed 14. Ich hab dich schon 14 mal überlaufen geschossen. Und wie auf du mich? 12. Scheiße, schnell weg hier. Ja, nein! Bitte nicht! Hör auf! Du hast mich vorher dafür viel viel öfter, bevor es das Levelsystem gab. Aufs Maul. Gar nicht wahr. Lüg nur. Doch. Ich deabonniere dich. So. Ich bin kein Lügnerer. Ah, das war schon, äh... Weißt du, wie ich zu YouTube kam? Beziehungsweise, was es dafür gesagt hat, dass ich meinen Account erstellt habe? Keine Ahnung. Ein Musikvideo von Eisregen, das ab 18 geflaggt wurde. WTF? Da ich zu dem Zeitpunkt aber schon 18 war, 2006 war das, habe ich meinen Account erstellt. Mhm. Habe ich deswegen extra einen Account erstellt, nur um das Musikvideo sehen zu können. Okay. Und, äh, hab gemerkt, okay, schon ziemlich eklig. War aber kein echtes Musikvideo, das war nur von irgendeinem Fanmade, so eine Mischung aus live und, äh, im Hintergrund liefen irgendwelche verstörenden Goar-Splatterfilme die ganze Zeit noch ab. Okay. Weil immer plötzlich Live-Aufnahmen und dann, keine Ahnung, und so ein komischer Antichristen-Scheiß, wo auf dem Friedhof waren, oder welchen Frauen mit irgendwelchen Löffeln die Augen ausgestochen haben und sowas. Voll eklig, man. Es sah halt ein bisschen Snuff-mäßig aus, weil es eine damalige 70er-Jahre billig-Produktion von diesen Trash-Filmen war. Es ist jetzt, selbst die Splatterfilme sind die heutzutage Hochglanz. Ja. Aber damals waren die hat noch mit so einer Handkamera gedreht, sah halt aus wie Snuff, weißt du? Das hat es besonders eklig gemacht, finde ich. Das macht es noch viel verstörender als die Hochglanz-Scheiße von heute. Das stimmt allerdings. Das hat es realistischer wirkt, irgendwie. Jetzt so raus und mit so einer alten VHS-Krisseln noch und dann das Bild wackelt und dann wird es zwischendurch schwarz-weiß und der Ton fehlt, weißt du? Wirkt ja wie so ein illegales Tape auch noch. Ja. Aber den Namen hattest du schon immer, oder? Das war der Name, den habe ich damals genommen, weil ich wollte mich eigentlich nur Lunatic nennen, war aber vorbei. Also ganz früher hieß ich ja anders, den Namen werde ich jetzt aber nicht nennen, weil dann findet man mich überall. Dann habe ich aber Lunatic genommen, weil ich das Wort ganz lustig fand. Ich habe immerhin gedacht, als ich mir eigentlich einen Youtube-Account erstellen wollte, nimmst du einen anderen Namen. Beziehungsweise hast du dir überlegt, ey, du hast doch eigentlich noch mal Account mit dem du irgendwie rumtreuen kannst, beziehungsweise vielleicht was hochladen kannst, aus Spaß. Dann habe ich halt den genommen hier, den Lunatic. Und seitdem behalte ich den halt, weil ich dann hier meine ersten Uploads war und dachte mir, okay komm, scheiß drauf. Ich habe mich halt eigentlich sowas wie Lunatic LP nennen oder sowas, aber mittlerweile ist das ja halt auch ein bisschen... Oh Gott. Alter, damals war es halt so, da hatten wir nicht... Ja natürlich. Ja. Aber mittlerweile hat ja jeder irgendwie diesen... Ja. Jonas LP. Ja. Oh, hier ist frisches Wasser drin. Im Kühlschrank. Und das war halt so, da habe ich dann angefangen, um dieses scheiß Musik wieder reinzupfeifen, ob es das noch gibt, weiß ich nicht. Denn ja, ich kann es ja mal suchen, irgendwie. Musst du dann wieder verlinken und dann doch nicht verlinken. Ja, 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 da werde ich mir darauf hingewiesen, du hast die Verlinkung vergessen, lol. Loin, du. Und, äh, ja, das war halt so mein erstes Ding und dann habe ich ja ganz am Anfang habe ich ja, äh, äh, Musik wieder hochgeladen, beziehungsweise Standbilder plus Musik. Die gibt's ja jetzt auf meinem Zweitkanal auch. Und bei den ersten Growl Versuche, die waren aber extrem schlecht. Die hab ich auch wieder gelöscht. Und hab dann später die anderen noch hochgeladen, die die jetzt auch noch auf dem Zweitkanal sind, halt die mit, äh, ja, dem blauen Hintergrund, äh, Second Growl und First Growl und äh, Third Growl und Fort Growl und sowas. Und dadurch die Scheiße habe ich halt Basti gern hier, der hat sich diese Growl Scheiße. Weil der fand meine Vocals ganz geil. Damals. Mhm. Hab mich angeschrieben auf Englisch, ich gucke auf seinen Kanal, sehe ich, okay, ist ein Deutscher, hab mir auf Deutsch geantwortet. Er war total buff, dass ich ein Deutscher bin. Hahaha. Da so, ja, ey, lass mal austauschen, ich mach auch seine Growls, weißt du, und bla, und flups, und ja, cool, guck dir mal meine Videos an. Und dann haben wir's ausgetauscht, haben uns über ICQ noch geendet, damals noch ICQ, ja, ja. Vor fünf, sechs Jahren, äh, vor vier Jahren gab's noch ICQ, beziehungsweise fünf Jahre bald. Also ich glaub, Basti kenn ich länger, als ich Let's Place mache. So gesehen, von der Zeit her. Ja, und dann haben wir halt, äh, immer zusammen uns über Growls ausgetauscht und irgendwann auch geredet, das war mein allererster Kontakt, mit dem ich mit Internet wirklich geredet habe. Aber ich war total aufgeregt und auch total schüchtern und alles. Hahaha. Oh je. Da hab ich Let's Place gemacht und dann fand er meine Let's Place ganz witzig und dann haben wir halt zusammen gedaddelt und Warsaw auch dieses eine Let's Battle aufgenommen, was ja bis heute noch legendär ist. Talpala! Hahaha. Wo ich die Fliege verschluckt hab. Ah, das waren wirklich Zeiten, ey. Hahaha. Ja, da hab ich halt ab und nach halt, äh, ja, und Basti hat es dann immer so laufen, weil er dann weniger Zeit hatte, auch wegen seiner Ausbildung und so weiter. Alter, jetzt sind wir halt sehr selten am schnacken, ich weiß nicht, glaub du hast mehr Kontakt mit Basti als ich. Ja, auch nicht so aktiv mehr. Weil er halt auch wirklich mit Arbeit und das ganze Zeug zu tun hat. Aber Basti, wenn du das hörst, wir müssen mal wieder was zusammen daddeln, auf gute alte Zeitenrunde Warsaw spielen oder sowas, weißt du? Ja, so ein Dreier, denk. Ja, mach mal ein Dreier und nehmen das dann auch auf. Klar. Bis heute ist ja immer noch das, äh, Let's Battle nicht fertig, wo wir dann eigentlich Lieder singen wollten, müssen wir auch noch nachholen. Hahaha. Vor vier Jahren, Alter, vor vier Jahren haben wir Let's Battle gestartet. Zwei sogar, und es ist nie fertig geworden. Boah. Richtig krass. Ja, aber so kann ich halt was ziehen. Vielleicht ist halt ein Funk-Royal, das könnt ihr dann sehen, wenn ihr euch mein, die ganze Vorgeschichte allgemein nicht überhaupt zugekommen und wie viele Displays und so. Guckt euch ja dann, äh, angucken beim, äh, meine YouTube Vorgeschichte, Titanfall Commentary. Hm. Das will ich jetzt hier nicht nochmal aufdrösen, es dauert nämlich nochmal wieder zehn Minuten. Aber, das war halt YouTube, die Story. Hihi. Und mittlerweile hat sich das viel verändert. Was hast du eigentlich sonst so geguckt? Also, gibt es irgendwelche, äh, Kanäle, die man so, die du früher geguckt hast, die du vielleicht noch empfehlen könntest oder sowas? So Kanäle, die du häufig vorbeikaukst? Außerhalb von Let's Plays vielleicht jetzt? Boah, da gibt's jetzt eigentlich nicht so viel, weil das meiste ist jetzt eigentlich plus Let's Plays oder halt Musik irgendwie, ganzen Kram. Aber jetzt so Channels, pfff. In Berliner X schlag Scheiben ein. Da wüsste ich jetzt. Also, ich hab da eine Menge Kallz. Auf jeden Fall, die man empfehlen könnte. Eine Menge, Menge, Menge. Wenn ja, aber ich müsste jetzt da länger nachdenken. Ich hab's da nicht so erst mit Namen. Parappa zum Beispiel ist ne absolute Empfehlung aus meiner Sicht. Wer? Parappa. Parappa. Ach, hm, ja, okay. Der macht halt, äh, Reviews zu diversen Dingen. Er hatte damals seine Dragon Ball samstags zum Beispiel. Seine Blütezeit, die musste er aber alle löschen wegen Copyright Problemen. Leider, leider. Stille, die mag ich nicht. Ich mag keine Stille. Wo ist er denn? Auf dem Dach? Wo bist denn du? Bist doch auf dem Dach, ja? Nein. Wo ist er hin? Hi! Ey! Aua nein 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 nein! Oh, 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 oh. Ich geh da an, Maul. Tschüssikowski. Du legst dich schon wieder drauf an, oder? Nein. Nicht wirklich. Alter Schwede! Junge! Ja, aber so ist dann halt meine Geschichte drauf geworden. Au ab! Was ist denn los? Was ist denn mit Problemen? Ah, scheiße! Denk da an die Spitalien vor! Ja, stimmt. Du bist besser im Titanfall als ich. Aber naja. Liebe Leute, der Part ist schon wieder zu Ende. Im Prinzip wäre ich total vom Thema abgeschwiffen. Wir sind komplett, ja. Aber naja, gut. Oh, das hat auch mal deine Vorgeschichte von YouTube zu hören, nicht nur meine, weißt du? Wissen wir ein bisschen Bescheid. Daves, Daves YouTube History. So sieht das denn aus. Und dann irgendwann später. Du hast schon wieder meine scheiß Tasche geplündert, Alter. Langsam reicht's mir mit dir, weißt du das? Ist meine Maul noch aufgefallen, weil ich auf den Tisch gehauen hab. Ich weiß nicht, warum plündere ich das eigentlich? Ich war ja noch nie gemacht. Ich weiß nicht. Nee, aber warum plündere ich? Ich hab das vorher auch nie gemacht. Ich weiß nicht. Was hab ich denn gespielt? Fuck. Ich plündern muss. Maus! Funktioniert doch endlich wieder. Bist du im Arsch jetzt, oder was? Kann sein. Ich glaube, ich hab im Tisch gehauen noch die Batterie den Arsch hochmacht. Bist du ein Noob. Meine Batterie ist leer. Haha. Ich hab aber noch hier ein paar auf den Tisch. Moment. Hab meine Funkmaus, müsst ihr wissen. Jetzt könnt ihr mir live dabei zuhören, wie ich... Das kann doch sich nicht wehren. Alter, ohne Witz. Jetzt penetriere mich bitte nicht von hinten. Hier, aber wenn der Keule kommt und jetzt richtig schön Einlauf verpassen. Alter Junge! Nein! Schneller! Maus! Nein! Hm, Frischfleisch. Alter. Moment, Alter. Wo ist jetzt mein... Hä? Da. Hahaha. Ich bin nicht so ein Arsch wie du. Mach ruhig auf. Ich seh da ne Keule drin. Ja, deswegen ja. Das ist meine Keule drin. Oh. Gib mir mal... Gib mir mal meine Sachen wieder. Der Part ist eh zu Ende. Was denn? Was hab ich denn? Assi. 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 Deine Tasche, die ist hinter dir. Die ist vor dir. Dankeschön. Wo bin ich denn jetzt? Na da. Na wo? Ja, ich bin ja aber grad im... Atomaren Krieg. Achso. Ja. Ist halt so ein paar Meter weiter weg. Die Schneise ist halt relativ. Die Scheiße. Die Schneise. Kannst du dich mal töten, bitte? Ich... Ich soll dich töten. Mhm. Hast du den Freifahrtschein? Na gut. Hahaha. Wo hast du den denn jetzt ausgebuddelt? Hahaha. Den hab ich ja grad zufällig gefunden. Genau. Gut, Leute. Das war dann aber an der Stelle wieder von uns. Wir verabschieden uns. Ich bin am Atomaren Krieg. Lass uns mal gleich im Atomaren Krieg bleiben und hier die Häuser abklappern oder sowas. Und im nächsten Part kalter Krieg. Im nächsten Part kalter Krieg. Wir können auch mal Crafting oder so zeigen. Keine Ahnung. Aber es lohnt sich ja eigentlich kaum anzufangen. Weil wir sowieso mal diesen Server zurücksetzen müssen. Keine Ahnung, wie die Anlassen kriegen. Ja, mit diesen Regionen. Ich hab das auch gelesen. Mit den Regionen immer wieder zurücksetzen. Müsste man die Regionen suchen und das ganze Zeug. Ja, ist so an sich... Ihr wartet nicht, ob das die offizielle Alpha oder so. Oder die Beta rauskommt. Ich denk mal so ab Alpha 8. Wenn das, äh... Wie in diese zufallsgenerierte Welt kommt, ja. Weil wir dann Häuschen bauen. Ich hab auf jeden Fall auch Bock drauf, weißt du? Ja, das können wir ja dann wie gesagt Alpha 8. Ähm... Machen wir dann. Oh, läuft. Ich meine der Pistole wieder? Nee. Wie dumm das aussieht. Ist das kacke? Oh! Du bist ne Assi! Du bist ne Assi! Der Plünderer. Oh, hier ist ein leerer Baumstamm. Aha! Das gefällt mir doch. Wow, was hast du denn? Nischt! alter junge das musste sein was hat er denn gefunden oder nun wollte sie war genau ich habe deinen scheiß geplündert war ja sowieso alles zombie alarm ist der die scheiße jahren das war ein rucksack in ruhe wo ist mein rucksack hin wo ist denn der ich sehe ihn nicht er hat doch gesagt ich hab den gerade geplündert so weil wir waren auf der karte ganz eben oh nein oh nein 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 lass das das ist eh nur ein feuerzeug das ist eh nur ein klick willst du mich heiraten Dave daraus können wir Themen machen stimmt das habe ich gelesen ne steine geht ich lieber ach manu zombie hinter dir du hast mich getroffen aber nicht mal den zombie wie schlecht kann man sein indem man gut ist bitte wer so ich würde sagen wir höchstern unsere Sache und dann verabschieden wir den Part aber endlich mal ja ehrlich mal du siehst das wieder unnötig denn je länger unnötig unnötig digga unnötig time in des youtube gott ich hatte ihn sogar mal abonniert als ich dumm und naiver ich dachte er wäre lustig ich hab den nie abonniert da ist meine Sproul zu doof er war halt auch so ein newcomer weißt du so ein kleiner frecher wo ich mir dachte auch komm der hat potenzial mittlerweile ist ja viel zu groß natürlich es sein der 2000 abonnenten als ich ihn abonniert hatte ja aber wie das klingt ey was tabbeldi 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 tabbeld abel t wo ist der andere Hubsack ich sehe ihn nicht den habe ich doch schon geblendet weil es meiner war das ist noch einer nein ja das müsste deiner sein der Karton ist noch einer ja das müsste dann deiner sein hier im Loch oder was ja aaaaaaaaa ich sehe ihn nicht ich hau einfach ab erstmal Ich seh ihn nicht. Wie er vorhin rennt. Hast du so ne Fackel? Ja. Ja okay. Sieht man. Hübsch. Pfff. Leute das war's, ich verabschiede. Bist du ein Nupe? Okay. Wir sehen uns. Tschüssi Kowski. Blablablabla.